Der 41 Beat Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der 41 Beat Slot von Habanero Gaming nimmt dich mit auf eine abenteuerliche Reise nach China. Rufe hier die Tiere herbei, die früher die Erde beherrscht haben. Sie werden dir eine Chance auf einen großen Gewinn bringen. Der 41 Beat Slot ist ein Videospielautomat mit 5 Walzen, der in der unwirklichen Natur Chinas angesiedelt ist. Auf den Walzen finden sich die klassischen Spielkartensymbole. Es gibt auch verschiedene mythische Tiere aus China, wie einen schwarzen Tiger, einen weißen Tiger, den azurfarbenen Drachen und der Vermilionvogel ein chinesisches Sargewesen. Die Futures des Spiels sind auf jedes dieser Tiere abgestimmt. Sein mythisches Design wurde entwickelt, um den Spielern ein authentisch-asiatisches Gefühl zu vermitteln. Egal auf welchen Gerät du spielst. Es gibt Freispiele, die immer wieder ausgelöst werden können. Sie können dir große Gewinne bringen. Das Spiel kann sowohl auf Desktop als auch auf mobilen Geräten gespielt werden. Das Spiel kann sowohl in der Nähe des Spiels sind in der Nähe des Spiels. Das Spiel kann sowohl in der Nähe des Spiels sind in der Nähe des Spiels sind in der Nähe des Spiels. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.